Der Gasthof die Käferhube auf der idyllischen Stolzalpe im steirischen Bezirk Murau gelegen, genügt allerhöchsten Ansprüchen. Der Chef des Hauses, der Spitzenkoch Franz Leitner, verwöhnt gemeinsam mit seiner Frau Renate die zahlreichen Gäste aus dem In- und Ausland mit steirischen Spezialitäten aus der Bio-Region Murau und köstlichen mehrgängigen Menüs von internationalem Format. Erlesene Weine krönen den Genuss, den die perfekte Mischung aus heimischer und internationaler Küche auf ihrem Gaumen hinterlässt. Die Käferhube überzeugt ihre Gäste aber nicht nur im kulinarischen Bereich, sondern vermietet auch erstklassige Apartments und Panoramazimmer. Diese wurden mit viel Liebe und heimischen Hölzern eingerichtet. Von den Balkonen aus hat man einen ungehinderten Blick auf das Murtal und den Kreisberg. Ein wunderschöner neuer Wellnessbereich rundet das Angebot ab. Diverse Auszeichnungen, darunter das steirische Kulinarium und die gute steirische Gaststätte, zeugen von höchster Qualität. Weitere Infos gibt's unter www.käferhube.at KULANZIN KULANZIN Untertitelung des ZDF, 2020